Wir schauen genau hin, wie er in Ihre Tasse kommt. Sehr gerne helfen wir Ihnen dabei, den perfekten Kaffee in Ihrer Tasse zu haben. Der perfekte Kaffee ist einfacher als Sie denken. Konzentrieren Sie sich einfach auf das Wesentliche. Sehr gerne geben wir unsere Tipps und Tricks an Sie weiter. Bei uns finden Sie Top-Maschinen, Mühlen, Zubehör und selbstverständlich Ihre persönliche Beratung. Wir hören genau hin, was für Ihre Anwendung das Beste ist. Und nun zum eigentlichen Fun-Part. Wir extrahieren zusammen einen Espresso, weil nur dieser ehrlich und unverfälscht zeigt, was in Ihrer Tasse ist. Er ist auch die Grundlage für viele andere Kaffeegetränke, wie zum Beispiel dem Cappuccino, Americano und so weiter. Bevor wir mit dem Bezug starten, müssen die folgenden essentiellen Parameter vorbereitet werden. Schritt 1. Sieb gut reinigen und trocknen. Am besten mit einem Pinsel und einem Tuch. Schritt 2. Die entsprechende Menge der Lieblingsbohnen in den Siebträger malen. Schritt 3. Das Kaffeepulver grob verteilen und mit dem Leveler ebenen, damit es eine gleichmässige Oberfläche gibt. Schritt 4. Das Kaffeepulver mit dem Tamper mittels definiertem Druck verdichten. Schritt 5. Maschine für frisches Wasser und zu Bereichen der richtigen Brühtemperatur spülen. Schritt 6. Siebträger einhängen und sofort mit der Extraktion beginnen, damit das Kaffeepulver nicht verbrennt. Ab jetzt startet die Extraktionszeit. Schritt 7. Geniessen Sie Ihren grossartigen Espresso. Wir schauen genau hin, wie er in Ihre Tasse kommt. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Wir haben ja noch die Espresso Superbox für Sie. Lassen Sie sich einfach überraschen. O qualifications, jetzt sind Sie vereinfigen Sie. O Wir haben ja noch die Afскиеrei. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.